Seid gegrüßt und willkommen zur 69. Episode meiner Reward Let's Play Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Irgendwie ist hier ziemlich dreckig. Gült hier immer noch angeschlagen. Oh, Verteidigung des Reichtums. Dusma Nikrosop, Grundbesitzer der Fraktion des Exodus Reich, hat ein dringliches Anliegen. Zwei Ur-Einwohnergruppen der Fraktion des Talbündnisses schikanieren ihre Krawanen in der Nähe. Dusma möchte, dass du sie im Kampf herausforderst, um sie von den Krawanen wegzulocken. Die erste Ur-Einwohnergruppe besteht aus fünf Berserker, drei Büster, drei Krieger, Kustenhaft, wieder eine weitere Gruppe, ähnliche Gruppe eintreffen. Wenn du die Quest annimmst, werden die Ur-Einwohner in drei Tagen bei dir eintreffen. Zwölf Ehre. Oder wir machen hier den Ruf höher. Wir sind bei minus zehn. Ich würde das dafür machen. Ja, machen wir mal so. Denk mal, dass wir das hinkriegen. Doch, cool, wenn wir... Was hat Matt eigentlich? Wenn wir ein bisschen hier schmelzen würden. Ähm... Ah, da. Matt, wo bist du? Da. Was war das denn? Aber was ist mit Gürteltier? Spielt Poker? Nee. Geh erst mal was trinken. Was tust du? Erntet Eiche. Okay. Ah, Lawman baut da noch. Die fallen auf. Das ist super. Es wäre halt cool, wenn ich hier noch mehr fallen hätte. Was ist richtig hier an der Stelle? Oh, hätte ich eben so lassen können. Oh Gott, das ist super viel zu bauen. Aber das bringt es ja auch voll mit den Fallen irgendwie. Oh, Graumaus ist auch schon dabei. Ja, cool. Ein bisschen viel jetzt, die dazukommen. Nahkampf. Haben wir da nichts für Nahkampf. Brauche ich mal Interesse nach Dolle? Ja, mach halt. Achso, das lassen wir nicht machen. Tiere. Tiere. Graumaus, Tierpflege, Nook. Hört auf damit. Hört auf, ja. Das ist so. Ja, passt schon so. Wäre cool, wenn du auch was hättest zum Kämpfen. Vielleicht auch eine Axt. Langschwert. Plaststahl, nein. Stahl. Eventuell noch eine Rüstung. Oh, aber wo pennst du jetzt? Graumaus. Hm. Oh, kein Plan. Wobei, wäre ganz cool, wenn Matt das vorher machen könnte. Nachdem was Matt macht, Matt ist und ist nicht erholt, wird dann gleich schlafen gehen. Gut sich aus, jo. Nackte Kolonisten. Why? Nackt. Ähm. Zieh halt eine Hose an. Wir haben keine Hosen. Schneidern. Gürteltier. Sechs. Tosca, na, 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 na. Graue Maus. Du kannst das. Trainiert Affe. Hä? Graue Maus. Ach so. Verdammt, falsche Zeile. Matt ist natürlich die beste Schneiderin. Oh Mann. Heuschrecke. Du musst mal eben hier schneidern. Erstmal putzen. Gute Idee. Oh Gott. Ich glaube, wir lassen uns mal mit Grau, äh, mit Heuschrecke. Matt. Oh, Matt schläft. Oh, begleitet sich mit der Hose. Schon mal ein Vorteil jetzt, ne? Hat eine Hose an. Du hast Zusammenbruch. Ja, Gürteltier. Wer auch sonst. Jetzt machst du leckere Mahlzeiten. Erntet wilde Beeren. Warte mal. Raucht ihr einen. Hallo, rauchen. Und Nuck. Ja, cool. Ah, toll. Ich dachte schon. Ihr macht hier beide. Reis ist bald fertig. Das läuft doch hier. Man braucht natürlich noch mehr Fallen. Dunkel. Achso, die Dinges Lampes aus. Fallen, verteilen. Da, da, da. Oh, hier müssten ja auch welche hin. Äh. Aufheben. Geh halt hier pennen. Chromaus. Voll die dumme Idee. Da, da, da. Speichern, ja, komm. So. Haben wir jetzt hier eigentlich Strom? Sehr gut. Warum ist denn hier noch so ein Ding? Abbrechen. Wird cool, wenn ihr bauen. Ah, du baust. Graumaus. Angeln. Graue Maus. Okay, Chili. Baut es auch wieder. Das muss schneller gehen. Hirschkort ein Junges zur Welt gebracht. Juhu. Was, 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 was? Stachelfalle benötigt ich am Boden. Achso, ja. Das hier ist halt so schlamm, ne? Ich bin irgendwie falsch. So. Bin mal gespannt, wo die gleich herkommen. Baut mir alle die Fallen. Gut. Gut. Ich hoffe, die kommen nicht hier rein. Hier fehlt mir wieder das Geschütz. Oh Mann. Kopie bauen. Neue Liebhaber. Blauer Kondo und Chantal. Ohoho. Das Ding ist... Wo schläft Chantal? Ich glaube, hier oben. Ne. Ah ne, hier hat sie ihr Bett. Dann holen wir das Ding. Und bauen es hier hin. Hier hin. Erstmal. Lormen. Sorry, dass ich ihn jetzt geholt habe. Oh, Langschwert ist fertig. Wussten wir es jetzt. Matt bestimmt gebaut. Für graue Maus glaube ich ganz gut. Das bedeutet, Matt macht eine neue Rüstung jetzt. Lormen. Hat er jetzt das gemacht? Ne, wäre nochmal Chantal und... Mäh. Blauer Kondo, glaube ich. Chantal. Liebhaber blauer Kondo, genau. Ach, wir kriegen das schnell genug hin. Warte mal. Chill doch mal. Danke. So, Chantal. Und... Äh... Blauer Kondo. Das heißt, wir haben neues Bett frei. Hier nicht. Hier bei Brand. Passt du hier? Ja, hier. Und das bedeutet, graue Maus kann hier hin. Zeit weiterlaufen lassen. Null zuweisen. So, wie weit ist Matt mit der Matt? Ach, erstmal essen. Okay. Wie weit sind wir... Oh, die kommt. Ach so, Puma. AJ. Wo ist AJ? Okay, AJ. Komm bitte zurück. Geschütz, danke. Geschütz. Hallo? Komm, greif dir das Viech nicht an. Ähm... Okay. Jetzt auf einmal. Gut. Und bist du noch gut drauf hier? Hast du verletzt? Der hat ja nichts. Wie krass ist der denn? Richtig guter Nahkampf. Dude. Puma rächt sich. Gut gelöst. Ähm... Götteltier. Putzen. Was macht denn Chili? Ach, wir haben wieder Vorhang. Wir haben wieder Stoff. Erstmal pennen gehen. Na, danke. Ich hätte jetzt gedacht, wir machen das hier fertig. Oh, der putzt noch bevor er ins Bett kommt oder sie... Oh, sorry AJ. Seltene Trombos. Ja, toll. Kann ich nichts mit machen gerade. Glaube ich. Was hat denn der... Hier ist keine Sammelstelle. Lorman, was baust du? Fallen. Das ist gut. Was macht sie jetzt? Essen. Was macht Nuck? Anbauen. Schön. Graue Maus. Was tust du? Betet. Bist zufrieden? Oha, super. Ja, gestörter Schlaf. Muss ich da rausfinden, warum? Ich glaube, wir müssen mal wieder jagen. Geist, aber wir haben nur den. Egal, dann weg. Hengste, Pferde nehmen wir. Die nehmen wir auch. Boomratte nehmen wir nicht. Nee. Wir haben gar keinen Jäger. Lorman eventuell wieder. Hier ist keiner gut im Jagen, außer Lorman, aber Lorman kann gerade nicht so gut schauen. Ach, egal. Nee, Lorman muss weiterbauen, aber wir brauchen das Fleisch. Bruder, wir gucken mal, dass wir hier eins der Tiere wieder... Erwachsen, Hirschkuh. Oh, das gehört... Achso, das hat was... Erwachsen. Erwachsen. Da haben wir auch wieder ein bisschen Fleisch. Oha, wir haben kein Futter. Heugras? Oh Mann. Wo ist denn das ganze Gras hin? Ah, das Heugras. Oh Mann. Okay, ich glaube, Lorman müssen wir erstmal nicht wegschicken zum Jagen. Das passt noch. Sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Fleisch. Ach, du fütterst hier die Viecher. Okay. Ich glaube, ich mache hier... Was ist das hier für den Boden? Kies, aber das geht nicht. Die ist dunkel. Das ist halt das Problem, dass es hier so dunkel ist. Endlich kommen die. Darauf habe ich gewartet. Greifen die direkt an? Wieder nicht aufgepasst. Die kommen also von links. Das ist perfekt, weil hier so viele Dinge sind. Oh, guck mal. Chili baut das Ding hier auf. Das Geschütz. Nehmen wir direkt mal weg. Montieren ist hier neu. Mach das mal bitte. Lorman denn so eine dicke Rüstung jetzt an? Oh, das ist doch lustig. Hauptsache Lorman die dickste Rüstung. Oh Mann. Was hat denn jetzt stattdessen hier liegen? Gar nichts, ne? Ist das denn Klavier? Montieren. Oha. Kann die einer musizieren? Das wäre ja was. Wir haben dafür gar keinen Platz. Oh Mann. Dann hier hin. Oh, die kommen direkt. Fuck. Matt. Matt. Chili, ja. Bau du mal. Heuschrecke. AJ macht nichts. Du auch nicht. Oh, die Nahkämpfer. Du hast hier gar nichts. Und hat denn der nichts? Oh Mann. Sammle was ein. So, graue Maus. Komm mit. Condor, komm mit. Brand, komm mit. Oh Mann. Voll vercheckt, dass die jetzt kommen. Oh, Chili könnte es noch locker schaffen. Mit dem Aufbau. Und Matt Chantal, der nichts hat, weil sie nichts kann. Oh, die bleiben hier stehen. Die gehen unten rum. Nein. Die sind schlau. Okay, sammelt euch mal ihr zu. Oh, die sind noch nicht im Angriff. Wehe, der haut mir hier die Sachen kaputt. Alter. Eh, ihr zwei. Geht mal bitte hier hin. Alter. Geschütz neu montieren. Glaub's ja nicht. Okay, die kommen jetzt so langsam. Sind die anderen auch da? Jo, da ist er. Du musst noch ein bisschen zurückgehen. Matt, geh mal vor. Ist halt scheiße, so beim Geschütz zu stehen. Was sind die da drin? Scheiße. 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 Ah, die hauen ab. Gut. Wir schießen natürlich weiter. Ähm, neu verbinden. Hallo? Ja, sorry Chili. Wir können hier direkt schon mal neu den Bauauftrag geben. Nee, kann ich hier nicht gefangen nehmen. Ist Ambrosia. Nee, Mindy. Nahkampf angreifen. Gut. Warum greift der eine graue Maus an? The fuck? Braunes Stachelschwan? Achso, wow. Ähm, ihr geht mal bitte, wenn überhaupt hinterher. Wir müssen halt alle Bedrohungen hier, wenn der hier weit kommt, ne? Glaube ich zwar nicht, aber. Äh, okay. Keine Gefahr. Ja, Glück gehabt, ne? Und was machst du da rustig aus? Bau Kondor macht auch nichts. Ja, stört euch alle an den Leichen. Kann ich auch nichts für. Haut denen genug Gräber? Nee, wir verbrennen ja. Zum Glück. Auch tot. Hm. Oder? Ja. Dann können alle wieder ihrem Tagesablauf folgen. Und Lormen hoffentlich mal eben hier reparieren. Okay, Chili. Du darfst neu montieren, unser Geschütz hier. Chili. Danke. So. Oh, du baust hier einfach weiter. Der blaue Kondor flüchtet noch. Ey, du musst dich ausruhen, mein Freund. Blaue Kondor und du. Ja, ich denke mal, ihr werdet gleich gut behandelt. Deswegen würde ich auch sagen, beende ich die Episode mal wieder für heute. Und wenn sie euch gefallen, dann können sie natürlich gerne bewerten und einen Kommentar dazu lassen. Und um zu sehen, ob alle vollständig genesen, solltet ihr meinen Kanal abonniert haben. Bis zum nächsten Mal.